So, wir sind wieder da. Der Noob-Fan-Gamer in Wolfenstein, The New Order. Wir haben jetzt eine Mission zu erfüllen, die nicht einfach ist, aber was ist schon einfach, wenn man gegen das Nazi-Regime kämpft? Jetzt geht hoffentlich mal das Schloss auf. Vorsicht auf dem Weg zur Kanone. Wir machen schnelle Fahrt. Die Strömung dürfte ziemlich stark sein. Ich kicke hier geführt. Okay, Blasko, lade die Kanone. Wir kommen näher. 200 Meter. 100 Meter. 100 Meter. Initiator. Oh, oh! Das war's für heute. Was ist das? Ich komm dich holen. Terroristen, Bagger Sieben. Wollen Sie Ihres Gleiches befreien? Während Sie Ihre dreckigen Füße in diese Hallen setzen, vergessen Sie nicht, dass Sie sich einer Zivilisation entgegenstellen, die alle anderen übertrifft. Denken Sie daran, wenn ich die Maschinen Menschen loslasse. Wird schon ein Sinn haben, wieso eine Schotflinte angezeigt wird. Oder wenn eine Schotflintenmunition bekommt. Oh ja, wenn man so viel Ausrüstung kriegt, wird das kein leichter Weg. Das seh ich schon. Dieser Weg wird kein leichter sein. Genau. Einer, der kriegt nur viel Schotmunition, aber... Ah, denke ich mir doch. Bist du deppert, der wird aufgerüstet. Alter Schwede. Ich meine, ich stürm die Hauptbasis. Ja, aber... Ich bin meine Chance, General. Wird heute also Geschichte geschrieben. Oh. 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 Alter, du bist wirklich Superman. Lass dich nie beim Nachladen erwischen. Das ist die Devise. Oh, da. Da sind wir noch Urviele. 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 Wartet! Ich lade nach! Ja! Oh! Oh nein. Oh, da bist du so ein Schwuler gewesen. Na gut, noch haben wir 120 Leben, das ist einmal gut. Oh, das ist weniger gut, dass da noch so einen gibt. Keine Munition mehr, gerade nach. Nein, 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 nein. Warum bin ich nicht im Versteck geblieben? Und hab von dort raus geballert. Oh. Oh. Alter, der kommt auf einmal rein. Oh. 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 Oh, oh. 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 Okay. Bin wieder beim Nachladen erwischt der Hundling. Oh, das sind Scherzviele. Oh! Oh Hoi, hoi, hoi Komm Na, den hab ich nicht Oh 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 Hm Ketsch, schießt Ich muss nachsagen Oh 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 So Ich hoffe, dass es keine Überraschungen gibt, wenn ich die Sachen einsammle Oh, nice Kann ich jetzt auch einen Raum geben Oh Nur viel Munition Oh Alter, wenn ich das gewusst hätte Oh 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 Jetzt weiß ich wofür Oh 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 Scheiß, die waren dann Oh 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 Das war's. Wir sind befreit vom dreckigen Parasit, müssen nicht länger seinen quatschenden Gang ertragen und sein hässliches Gesicht. Das war jetzt nice. Sehr munitionsverschwenderisch, aber nice. Okay. Man, da lecker Waffe. Das ist ja zu. Oh. Oh. Oops. Das war's. Oh. 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 Schleichen und umgehen ist vielleicht gesünder. Schleichen und umgehen. Ich muss nachdenken! Exile Position! Oh, das ist wieder so ein scheiß schwer gepanzert. Wesen. Oh! Was ist denn noch nicht? Aber es ist nicht so, wie viele Soldaten Sie auch tun. Wie viele Beton Sie auch zuerst. Wie viele Beton Sie auch zuerst. Wie viele Beton Sie auch zuerst. Ich habe ein neues Zeitalter eingeläutet. Ein Zeitalter der Vernunft. Der Reinheit. Der Stärke. Sie wollen nur ihre Brüche. Vergleichbar mit einem Gorilla im Dschungel. Ein Zeitalter. Bei den Stärken. Ein Zeitalter. Aus dem Angriff. Er hat einen großen Lösch. Oh. Ich bin der Fall. stirbe endlich weiter ja ich glaube aber hier ist ein guter zeitpunkt um die folge zu beenden ich bin ein fangemer das ist wolfenstein der new order macht das gut bis dann ciao und baba